Ja, herzlichen Dank für die letzten zahlreichen Kommentare auf all meinen Kanälen. Wenn ihr das weiter supporten würdet, würde ich mich über ein Abo freuen und jetzt viel Spaß mit dem nächsten Video. Herzlich willkommen zur Gottspain Specialist, unserer Spondylose-Operation. Und jetzt wird das Bandschein vorausgeräumt und vorbereitet für den Platzhalter, den sogenannten Cage. Und jetzt wird das Bandschein vorausgeräumt. 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 Das war's für heute. Zehbogen rein, Schuss, ein bisschen Fuß gelassen, Schuss. Bleib schon, Schuss. 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 Speichern, den Zehbogen wieder hochschieben. Das Bild hole ich mir jetzt. Schuss. 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 Vielen Dank für's Zuschauen. Vielen Dank für's Zuschauen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Denkt daran, kommentiert und abonniert. Vielen Dank. Danke. Danke. Ja, Frau Pistinger, hier ist der OP. Ich wollte mal gerade für den Dr. Ego nachfragen, ob die Patienten schon waren. Ja? Okay. Er düst gleich rüber. Danke. Tschüss. Danke. 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 Danke.